Hallo meine Freunde zu diesem Video. Schön, dass ihr reinschaut und bevor es richtig losgeht, abonnieren, liken, teilen und kommentieren natürlich. Ganz wichtig, ich freue mich über jedes Kommentar. Um was geht es hier? Es geht darum, dass diese ganzen Verschwörungstheoretiker jetzt eher Verschwörungsaufklärer sind und Verschwörungsbestätiger. Es geht um diese geplante Seuche. Man weiß jetzt, dass die Seuche geplant worden ist, nicht wahr? Ja. Geplant, der Plan ist begonnen worden, in die Tat umzusetzen, 2017. 2017 hat angefangen, ein Netzwerk sich zu bilden und dieses Netzwerk hat extrem viel Geld ausgegeben, Milliarden, um in bestimmte Dinge bei einer Seuche Geld zu verdienen. Es ging nie um Gesundheit, sondern um Geld verdienen. Und dafür wurden Milliarden ausgegeben. Zum Beispiel hat man in diesem Netzwerk BBC finanziert mit jährlich 3 Millionen Euro. Allerdings tut man die schon länger bestechend. Also nein, das ist ja keine Bestechung. Das ist ja bloß eine Motivation, positiv zu berichten, würde ich das jetzt bezeichnen. Ist ja keine Bestechung. Genauso wie der Spiegel wurde auch mit 2,3 Millionen. Allerdings haben die nicht so regelmäßig bekommen wie BBC. Und auch viele andere Medienunternehmen haben richtig, richtig viel Kohle bekommen, dafür, dass sie, ich sag mal, positiv berichten. Gekaufte Medien quasi, sozusagen, haben ja manche Verschwörungstheoretiker behauptet, dass das so möglich sein ist, könnte. Und jetzt ist es bestätig. Es ist so. Ganz offiziell. Das ist noch nicht mal Geheimnis. Die verstecken die Infos noch nicht mal. Dieses Netzwerk. Und im Wesentlichen kann man sagen, die Seuche wurde geplant von 20, 30 Leuten weltweit. Und im Wesentlichen geht es darum, man kann es, man hätte es nicht denken können, um Produkte von Pfizer. Ja, Pfizer ist mit einer der quasi Nutznießer. Den hat man sich ausgedacht und herausgepickt. Als das Unternehmen, das bei der nächsten Pandemie, Plandemie, Seuche, wie man es auch immer nennen will, richtig absahnt. Und man hat aber nicht nur auf ein Pferd gesetzt. Man hat in dem Zuge dessen, bei diesen Unsummen an Milliarden, ja, hat man auch Firmen gekauft oder sich eingekauft, für Masken, für Firmen, die zum Beispiel Tests verkaufen, herstellen und verkaufen. Da hat man sich auch wunderbar mit Milliarden eingekauft. Das heißt, man fördert zu günstigen Preisen eine Firma und später zahnt man beim großen Reibach richtig ab. Das gleiche bei Maschinen, die Impfstoffe herstellen. Ja, also man fängt ganz unten in der Kette an. Man kauft sich in Firmen ein, die Impfstoffmaschinenhersteller benötigen, quasi, um den Impfstoff herzustellen. Und dann kauft man sich bei ein, zwei Firmen der Impfstoffbranche ein. In dem Fall Pfizer und BioNTech. Ja, ne. Und das ganze Netzwerk, da holt man sich noch ein paar tolle Typen ran, ne, die bewiesen haben, sie brauchen eine Seuche, damit sie glücklich sind, ne. Wie zum Beispiel ein Drosten. Ja, der gehört auch mit dazu, ne. Ja. Blöd ist bloß, dass der möglicherweise, also so wie es ausschaut, gar keinen Doktor hat Titel, ne. Ja, und dann schleust man seine Leute noch in bestimmte Gremien ein, ne. Und beeinflusst zum Beispiel, ja, der Chef von Pfizer schickt einen Brief als NGO, getarnt, aber offen mit freiem Namen, ne. Schickt aber einen Brief an den beiden und sagt, Biden, wir fänden es klasse, wenn du beschließt, die ganze Welt zu impfen. 70% Impfquote bis nächstes Jahr. Und sechs Wochen später sagt der Biden, fänd ich eine gute Idee, 70% der Menschen zu impfen. Das sagt der Biden dann, ne. Ja. Weil der NGO, also eigentlich Pfizer, das wollte. Und wer hat das aufgedeckt? Mr. X. Ja. Ein deutscher IT-Person, ne. Ja. Und der hat recherchiert. Hat sich Computerprogramme gekauft, ne. Und hat die Verknüpfungen gefunden. Und hat das Netzwerk aufgedeckt. Ja. Wenn dich das mehr interessiert, dass die Verschwörungstheoretiker oder Verschwörungssuche, ähm, quasi, wie, was dahinter steckt. Und dass die Recht hatten. Und dass alles ein Kopf im Wesentlichen finanziert hat. Der Finanzier der Seuche quasi, ne. Das ist nämlich übrigens der Bill Gates. Ja. Haben schon viele vermutet, aber es ist so, ne. Und wenn dich das interessiert, dann klickst du unten im Video, werde ich mal den Link reinmachen, zum Anti-Spiegel. Und da klickst du ein PDF. Und in der PDF, vielleicht verlinke ich auch die PDF, muss ich mal gucken, wie das funktioniert, was funktioniert. Auf jeden Fall, ähm, und da kannst du dann sehen, wie dieses Netzwerk aufgebaut worden ist, ne. Wer mit wem ins Bett gestiegen ist, ja, natürlich, da sind auch zwei tatsächlich ins Bett gestiegen, ne. Ist übrigens der Vize vom, vom Bill Gates und dem seine Frau. Also nicht die Frau von Bill Gates. Wobei, möglich ist ja alles, ne. Weiß man ja nicht so genau, wer da mit wem. Ich meine, der Bill Gates, der war ja auch auf Lolita Island, ne. Beim Eppstein, ne. Wer weiß, mit wem der da, Minderjährigen. Vielleicht ist das auch der Grund für seine Scheidung. Aber Bill Gates hat im Übrigen sein Vermögen während der Seuche jetzt, äh, quasi verdoppelt, ne. Also das Geld, was er raus, ausgegeben hat, das hat sich hundertfach, äh, quasi bezahlt gemacht. Ist ja auch kein dummer Mensch, ne. Der Bill Gates. Immer wachsam bleiben, ne. Und immer kritisch. Schau dir die Netzwerke an. Hochinteressant. Ne. Bis die Tage. Ich komm wieder. Keine Frage. Macht's gut. Euer Dieter. Bleibt in der Liebe, bleibt im Frieden, trotz all dem. Und denkt immer daran, positiv bleiben, ne. Aber nicht positiv getestet. Höh. Äh. Höh. Bis denen. Macht's gut. Bleibt gut. Bleibt gesund, ne. Ja. Tschüss.